Leute, spitzt die Lauscher, denn ich habe Großartiges zu verkünden. Denn auch ich mache mit bei dem sehr beliebten Trend und bringe meine eigenen NFTs heraus. Sicherlich habt ihr schon von dieser wahnsinnigen Chance für Künstler gehört. Und da ich ja auch selbst Künstler bin, habe ich vier Bilder entwickelt, die ihr euch als euer eigenes Eigentum kaufen könnt. Das ist ja einfach der Zahn der Zeit. Viele Leute investieren aktuell in Kunstwerke. Und ja, an welchem Namen wird man sich wohl noch in tausend Jahren erinnern, wenn nicht an meinen LookslikeLink. Aber genug der Einleitung. Hier, meine ersten Werke. Da haben wir den Fan. Oder auch den Magier. Nicht zu vernachlässigen, der Verspielte. Und das wohl coolste Motiv, der NFT-Businessman. Ihr könnt in diese digitalen Werke investieren. Und lasst euch bloß nicht von irgendjemand dahergelaufenen erzählen, dass ihr diese Bilder, auch wenn ich sie hier in voller Auflösung, in großer Qualität präsentiere, dass ihr sie einfach screenshotten könnt und dann habt ihr sie auch digital. Nee, das ist alles Quatsch. Ihr wollt ja Eigentümer werden. Und darum biete ich sie auch zum Verkauf an. Und das können wir ganz, ganz entspannt machen. Wegen Steuer und Finanzen und so. Kein Problem. Ich verstehe doch, wie der Hase läuft. Deswegen biete ich euch hier und jetzt die Möglichkeit an, meine NFTs mit dem LookslikeLink-Coin zu erwerben. Ja. Doch Marcel, werdet ihr jetzt fragen, wo kriege ich denn diesen LookslikeLink-Coin her? Leute, ich bin doch auf alles vorbereitet. Da könnt ihr sehr gerne mit mir drüber sprechen. Ich bin natürlich im Besitz vieler solcher LookslikeLink-Coins und wir können sie gerne eintauschen gegen irgendwas, ja, irgendwas, was nicht so viel Wert hat wie Euro oder so. Nee, dann gebt ihr mir einfach ein paar Euros. Ich gebe euch den wahnsinnigen LookslikeLink-Coin und den könnt ihr dann investieren, um meine NFT-Bilder zu kaufen. Und macht euch auch keine Sorgen, ich weiß, vier Bilder sind ein bisschen wenig. Ich arbeite natürlich in einer weiteren Kollektion mit vielen, vielen weiteren NFT-Bildern. Also seid schnell, lasst euch das nicht entgehen. Meine Prognose ist, dass diese Bilder drastisch im Wert steigen werden. Alles klar, ich bin gespannt und warte mit meinen LookslikeLink-Coins auf eure Angebote und freue mich, dass meine Werke in die Hände kommen von Sammlern, die es auch verdient haben. Wenn das jetzt hier alles für den einen oder anderen so ein bisschen verdächtig wirkt, ich möchte euch die Zweifel nehmen, indem ich einfach einen berühmten Pressesprecher zitiere, der völlig zu Recht meinte, wer den Sinn von NFTs nicht versteht, ist einfach zu dumm dafür. Und ihr seid doch nicht dumm, oder Leute? Das war's soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Cashed ordentlich rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.